Mission für die Löwe SMG Ich werde das Video kurz an, das geht Er ist hier nutze die kraft der siphons sich so wirst du gar nicht zu eignen komm jetzt muss man das licht hier treffen ja komm mein gott ich hab ein bisschen munition aufgenommen für smg So, einmal schön snacken. Ich möchte immer gerne so ein paar in der Hinterhand halten. Falls hier gleich der Obermods ankommt. Hier noch was zum snacken. Na? Wow. Oh, nee, Alter. Hast du einen Flash-Grenade, ey? Flash-Grenade! Oh, Alter. Das ist ein Problem. Und die Knau, ja. Ja? 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 Sehr gut, sehr gut. Warum sind wir hier rum? Äh, ja, weiß nicht. Ich suche den einen Typen, den ich liegen gelassen habe. Aber naja. Ah, der war es nicht, glaube ich, ne? Okay, Munition ist gleich alle wieder von unserem schönen SMG. Na? Okay, hier geht es nicht lang. Eine Autotür, immer praktisch. Na, können wir nochmal aufladen? Sollen wir eben. Wäre vielleicht ganz gut. Okay. Okay, da haben wir es. Dark Armor. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und das will ich auch gerne machen, und zwar dafür. Oh, nice. Wissen. Umso wichtiger ist, dass wir in Dunkeln bleiben. Hahaha. Okay. Hey, Dipschit! Es ist ein Staccato. Let's move! Ein Staccato. Ja, klar. Dich reizt. Oh, Alter. Von dem hier. Boah. Boah. Okay. Okay. One Life irgendwie. Da. Boah. Oh, shit. Komm, wir lassen mal ein paar Herzen hier. Ein Herz für Kinder. Okay. Warte, haben wir noch Munition? Na komm, nimm die auf. Na komm, nimm die auf. Wo ist er? Na komm, nimm die auf. Ja. 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 Jetzt haben wir ihn. Komm schon. Du bist nur ein Wälder für die Schmerzen, Staccato. Du bist ein Schmerz, ein Schmerz. Ein temporer... Schmerz! Geh jetzt! Möge mich! Du weißt, was du willst. Das ist meine Rehabilitation. Ich begrüße diese Schmerzen. In der Namen der Bruderhöhung! Wo ist dein Böse? Was macht dich denken, dass er sich schützt? Huh? Schützt von Schmerzen, wie du? Er ist in Hellgate. Du bist in Hellgate, nicht du, Jackie? Du hast so viele lustige Erinnerungen da, huh? Komm, du hast eine Besuchung. Wir warten auf dich. Hellgate, huh? Danke für deine Hilfe. Scheiße! Ja... Ich glaube, das sollte ein Herz sein. Ich glaube, er sollte nicht mehr ganz so gut aussehen, der Typ. Die erste Mal, als du einen Mann killst, kommst du zu einem Crossroads. Du lernst etwas über dich selbst. Du lernst nicht, was du zufällig bist, oder wie schlecht eine Person du bist, oder sowas davon. Du lernst, du lernst, danach kannst du nicht schlafen, oder du lernst, dass du nicht. Du bist entzündet, oder nicht. Ich war 16 Jahre alt, das erste Mal, als ich einen Mann killte. Und ich schlafe wie ein Baby, jede Nacht seit. Das ist so ein abgebrühtes Arscher, bist du sonst klar. Ja? So. Also. Wir müssen nach Hellgate. Das Bild gefixt. Ach, Vinny. Oh, ich hatte es mit diesen Leuten, Jackie. Wir müssen uns ein Ende setzen. Das ist der Plan, Vinny. Lass mich wissen, was du mir tun musst. Seid ruhig. Ich werde mit Johnny in die Frage stellen. Alles, was du sagst, Boss. Und wenn du bereit bist, diese F***en zu schlafen, sagst du die Worte. Yes. Ah, das merkt sich anscheinend schon im Ende, aber das ist ein bisschen... ...bisschen früh, würde ich mal sagen, ne? Hallo. Hey, Jackie. Wie die ganzen... Naja, noch nicht alle... ...einschusslöcher hier fürs... ...vergibst. Hi, Chief. Nö. Johnny. Jackie. Ich habe gehört, was passiert. Jesus Christ. Ich denke, ich verliere mich. Ich denke... Ich denke, ich sehe das Looney Bin. Und es wird noch schlimmer. Ich meine... Es ist so, dass ich Zeit verloren habe oder so. Jackie, hör mal. Das ist das, was die Schmerzen macht. Es verbrennt dich. Also, ich denke, es wäre vielleicht ein schönes Zeit, ... zu visiten Hawaii. Oder Fiji. Nö. Nö. Und weit weg von diesen Leuten. Nein. Sie sind auf der alten Boardwalk in Astoria. Ein Ort im Hellgate-Field. Ich bin und Jenny, wir waren nur Kinder. Das ist das, wo ich bin. Jackie, du musst nachdenken. Das könnte ein Trick sein. Das ganze Ding... ...mau wie ein Trapp. Das ist, weil es ein Trapp ist, Dummy. Aber ich habe keine Wahl. Das ist das, was ich nicht. Ich kann es nicht lassen, Jenny. Ich kann es nicht lassen, Jenny. Ich kann es nicht lassen, Jackie. Sie machen das. Wir sind alle... ...fucked. Was für das Siphon? Sie können nicht die Schmerzen haben. Sie machen das. Wir sind alle, wieder einmal... ...fucked. Nichts. Die Angelis könnte dann die Schmerzen stoppen. Great. Also, ich bin auch egal. Hör, Johnny. Danke für alles. Anytime, Jackie. Just, you know. Never. Ever. Ever. Again. Okay? Ja. 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 Also, egal was zu tun. Wir sind im Arsch. Hey, wenn du sterben, kann ich alle deine Bücher haben. Was? Oh, zu schnell. Oh. Ja. Was ist los mit dir, Mann? Als wir gerade gesprochen haben, sagst du, dass nicht sogar die Angelis es nicht stoppen könnte. Was bedeutet das? Was ist die Angelis? Die Angelis? Die Angelis? Du meinst, du wirst nicht wissen? Jackie, die Angelis ist das total und total Gegenteil der Schmerzen. Es ist ein Kreatur von Pure Light. Die Angelis in der Darkness haben wir seitdem... ...sindem... ...sindem... ...wäh, ich weiß nicht, aber wirklich lange Zeit, Mann. Niemand hat es gesehen für ein paar Jahre. Und du, von allen Leuten, sollte das zu bedanken, dass du das Glück hast für das. Du sagst, diese Angelis-Gerchen machte das Siphon? Das ist das Ruhm. Kreatur von Pure Light, Weapon von Pure Light. Das macht Sinn, hm? So, das Siphon... ...could es mich töten? ...sindem Sie mit dem Siphon, keine Ahnung, dass das Siphon ablehreste das. Du wirst direkt zur Höhe! Keine Pass-N-Gerchen, keine Ahnung, keine Ahnung, 200 Euro. Ja. Alright, danke. Tell me more, tell me more. Like, did he have a car? Well, forever, I guess. Female? Yeah, you know. Boobs, pocketbooks, shoes. Female! I gotta draw you a picture? You say one day this broad's gonna show up wanting to kill me? Yep, mm-hmm, yep, yep, yep. Makes you feel only better. You're not the first guy to be in this situation. And you definitely won't be the last. Terrific. Thanks again, Johnny. No problemo. Okay. Hey, das stinkt ja fast danach, als ob Jenny der Agnes war. Gotta trust your instincts, Jackie. Okay? Just don't let these motherfuckers send you the wrong way. Okay? Das ist quasi der Host von Angelus und der Host von der Darkness, also Jenny und Jackie, sie ineinander verliebt haben und dadurch die Kräfte ausgeglichen waren. Fuck. Did this all go shit shaped in a hurry? Not good, boss. Huh. Huh. This is a bad deal, Jackie. A very bad deal. I've been talking to Denny. Maybe we should lay low for a while. Let things settle down. That's smart thinking. And all of you should do that. But I'm ending this. Tonight. What the hell's that supposed to mean? It means I'm going by the old boardwalk up in Astoria. I have something there I need. What's this all about, boss? Just say the word. Me and the boys are ready to bust some fucking balls. These pricks got the nerve to come in here. No, Vinny. I put you guys at risk because of my thing. I'm not doing that again. I got to do this on my own. All right? Jackie, come on. I can't. That's an order. Hear me? You got some balls, kid. Fellas. If I don't come back. None of that, Jackie. I'll see you when you get back. Got it? Ah, start the mission. Okay, ich wollte eben nochmal gucken, um noch jemand was zu sagen. Hey there, handsome. Oh, I didn't mean... You know, you got a nice head. Yeah, handsome? Ist das so? Jimmy the Grape. You might be old, but the guy still got it. We should all be so lucky. Man, I got to get some. Been too damn long. Ja, da ist auch so ein Elfmeter-Gesicht. Hey. Hi. Oh, remember that story I was telling you? Right, okay. So I'm on the bathroom floor with black number eight. And we're beating the shit out of each other, right? After about two minutes of this, Eddie finally comes in. And I'm thinking, thank God, because this big motherfucker's gonna kill me. So what does Eddie do? He steps right over me. He figures like the girls getting cold or something, I don't know. He fucking picks up where I left off. Long story short, I finally need a guy in the balls till he passes out. I get him out of there. By that time, Eddie's done doing his business. And he comes out of the stall and he says, Thanks, pal. I owe you one. I would have kicked his ass right there. But I had to hand it to him. Where's that Eddie? He always did have his priorities straight. God bless. May you rest in peace. That lovable bull bastard. Okay. Dafür ist noch Zeit hier, ja. See you on the flip side, boss. Alles klar. Dolpho. Oh, Herr, was sonst? What, me? Nothing? What? Ja. Mr. Higgins. Oh. I don't understand all of this sometimes. Ja, offensichtlich. So, jetzt aber nochmal das ganze Haus abbrennen nach den ganzen Charakteren. It's time to end this, Jackie. Ja. Alles klar. Machen wir gleich. Kein Problem, Mann. Er ist sich immer noch nicht umgezogen. Was ist los mit dir? Geh doch mal duschen, Junge. Geh doch mal duschen. Er hängt die ganze Zeit in der Küche ab in seinen stinkenden Klamotten. Ja, klar. Wer soll's? Mir wachsen Teufelspimmel aus dem Rücken. Oh, hallo. Hallo, Leo. Das klingt schon verdächtig. Ohne Scheiß. Ja, ja. Da läuft immer dasselbe. Mach ich. Sollen wir nochmal hochgehen? Ah, da sehe ich jetzt keinen Grund drin. Also, letzte Mission. Töp, wieder auf. Ein kleiner Park. Ha, ha. Ha. Wenn wir als Kindes sind, Jenny und ich waren broke. Aber sie hat immer gefunden, um einen guten Zeitpunkt zu haben. Eine Stunde, für meine Geburtstag, sie hat uns in eine Roller-Rink. Some kid was having a party, und es war so big, sie haben nicht gesehen, eine kleine Frau zu helfen, mit ein paar Kacke und ein paar Präsenz. All für mich. Best Geburtstag, ich hatte. Sie hat uns in die Filme, Theatern, kann uns in die Bars, was. All right. Sieht der geil aus, hier. Ach du Scheiße, ein Vergnügungspark. Park 2.0. Oh mein Gott. Ja, und damit würde ich jetzt gerne die Folge wenden. Und auch meine Aufnahmesession hier. Ganz schön Action in letzter Zeit. Viel Story, viel gestorben worden. Alles klar. Ich würde sagen, da steht es mal, Hellgate Field ist unser nächstes Ziel. Da sehen wir uns aber auch. Für morgen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schön Däumchen hoch und abonnieren und alles. Natürlich, kennt ihr ja. Muss ich ja nicht sagen. Mag ich trotzdem. Abonnieren und einen Daumen hoch. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Und lasst uns nicht runterklingen. Ich bin, wo bin ich denn nächsten Tage? Auf Lahnparty. Oh, das wird schön. Also Leute. Eine wundervolle Zeit noch hier auf YouTube. Und Habitat Art. Und das nicht plus. Und das ist ja im Teint separat. Vielen Dank.